Das Studentenwerk Freiberg. Mit allen Studierenden in Freiberg und Mittweida mitten in Sachsen. Wir kümmern uns um euer Studium. Ob Wohnen, Essen, Sport, Feiern, das machen wir gemeinsam. Auch wenn es mal nicht läuft, wenn das Geld knapp wird, der Stress zu viel, die Bewertungen zu ungerecht. Wir stellen euch modernen Wohnraum, bezahlbar, möbliert, direkt auf dem Campus. Ob Einzelwohnung, WG oder Familienzimmer, für jeden von euch ist was dabei. Hausmeister inklusive, damit es auch immer warm ist. Auch Speisen stehen auf dem Plan. Gerichte, die ihr von eurer Oma kennt, vegetarisch und frische Gerichte, bis zu Pizza, Kaffee und Snacks, wenn es mal schnell gehen muss. Da könnt ihr zusammen mit euren Freunden zwischen den Vorlesungen entspannen, quatschen oder auch mal lachen. Mit dem Kind ist das Studium vorbei? Nicht, wenn wir zusammenhalten. Ihr studiert, wir kümmern uns um die über 150 Kita-Plätze. Gemeinsam mit euch starten wir in die Zukunft das Studentenwerk Freiberg. Das Studentenwerk Freiberg. Ihr seid nicht allein, ihr seid unterstützt.